Heute geht es um das Thema KI-Avatare. Was das genau ist, wofür man das nutzen kann, wie man sie erstellt, das erfahrt ihr nach dem Intro. Bleibt dran, es wird spannend, bis gleich. Seit einiger Zeit sind KI-Avatare vermehrt im Gespräch. Zumal seit das Land Ukraine als erstes Land weltweit eine KI als offizielle Sprecherin des Außenministeriums vorgestellt hat. Das ist total spannend. Das ist ein Video-Avatar, das Viktoria Xi. Das ist zwar eine echte Person in der Ukraine, die hat sich aber zur Verfügung gestellt als Video-Avatar mit ihrem Äußeren, mit ihrer Mimik, ihrer Gestik, mit ihrem Stimmprofil und wurde, ich sag mal, avatarisiert. Also als Avatar digitalisiert. Und das Außenministerium kann dann jetzt einfach bestehende Pressemeldungen in eine KI geben und die macht dann daraus mit ihr ein Video. Total spannend. Auch diese Möglichkeiten. Man muss nicht immer, ich sag mal, das komplette Filmset irgendwie arrangieren, Kamera aufbauen, Ton organisieren. Sondern es ist einfach total schnell möglich, auch kurzfristig Videos zu erstellen, auch wenn man vielleicht gar nicht im Studio ist und somit eben auch spontan auf bestimmte Ereignisse reagieren zu können über Social Media, über Netzwerke. Und da ja immer mehr auf Video basiert ist, macht das ja auch total Sinn. Wir wollen uns natürlich auch mal anschauen, wie das Ganze überhaupt möglich ist. Und zwar gibt es da mehrere KI-Tools. Ich stelle euch jetzt hier auch nochmal die Möglichkeit über HeyGen vor. Wir hatten HeyGen schon mal hier bei uns im Kanal. Da ging es um automatisierte Übersetzung von Videos. Ihr erinnert euch vielleicht, da habe ich ein deutschsprachiges Video genommen, reingezogen, habe gesagt, ich hätte das gerne in Englisch. Und dann hat die KI ja meinen Text mit meiner Stimme ins Englische übersetzt, die Lippensynchronisation angepasst und mir ein englischsprachiges Video rausgegeben. Super toll. Ich verlinke das Video auch nochmal in der Videobeschreibung, dass ihr euch das auch nochmal anschauen könnt. Als erstes müssen wir ja erstmal einen Avatar erstellen. Also ihr seht, hier ist schon einer in Arbeit. Das dauert immer ein bisschen, ja ein paar Minütchen. Wir gehen jetzt aber die einzelnen Schritte auch nochmal durch. Das heißt, ich kann in meinem Tarif drei Avatare erstellen. Hey guys, I'm Joshua. So we only need two minutes of talking videos. Viele, also entweder, ich sag mal so wie ich jetzt, einfach eher so statisch sitzen mit minimalen Bewegungen oder halt wirklich in der Gegend rumlaufen und mit mehr Bewegung. Ja, jetzt können wir uns die Texte oder eben als Videoanleitung durchschauen. Und was ich jetzt brauche, ist erstmal Videomaterial von mir, damit die KI mich selber als Avatar erstellen kann. Das heißt, zwei bis fünf Minuten Videomaterial, hochauflösend, gut ausgeleuchtet, ruhige Umgebung. Ich soll direkt in die Kamera schauen, Pause zwischen den Sätzen machen und auch verschiedene Gesten einfach auch mit einbringen. Und keine Angst, damit man nicht einfach jede Person irgendwie als Avatar erstellen kann. Gibt es nachher auch nochmal einen Sicherheitsmechanismus, dass ich dann ja nochmal in die Kamera einen vorgegebenen Text reingebe mit einem Instant Passwort, was für diesen Moment erstellt wird. Und nur wenn das alles übereinstimmt, dann wird auch der Avatar erstellt, ansonsten eben nicht. So, nächster Schritt. Kann ich jetzt entweder die Videodatei hochladen oder eben auch direkt per Webcam was aufnehmen. Ich wähle hier meine aus den lokalen Dateien ein Video, was ich mir schon aufgenommen habe. Hallo, mein Name ist Tobias Albers-Heinemann. Hier habe ich auch einen Greenscreen verwendet als Hintergrund, ganz bewusst, weil ich dann nachher in der Lage bin, bei den KI-basierten Videos einfach den Hintergrund nochmal auszutauschen. Und dann bin ich auch nochmal ein bisschen flexibler, was die Einsatzmöglichkeiten angeht. So, ich klicke auf Öffnen. Jetzt nochmal die Bestätigung. Das Gesicht ist die ganze Zeit sichtbar. Ich schaue in die Kamera. Ich pausiere. Es ist ausgeleuchtet und ruhig. Jetzt kann ich Umgebungssounds noch behalten. Und ja, my footage looks good. Das Video schaut gut aus. Und dann sind wir jetzt hier, wo ich als Sicherheitsmaßnahme im Prinzip nochmal die Bestätigung geben muss. Und diesen Schritt überspringen wir jetzt einfach mal in dem Video. Und ja, gehen dann gleich oder machen gleich da weiter, wo dann das Video verarbeitet wurde und als Avatar zur Verfügung steht. Von daher sage ich einfach mal bis gleich. So, mein Avatar ist jetzt fertig. Er wird mir hier angezeigt und mit einem Klick da drauf kann ich mir nun ein neues Video erstellen lassen. Create with AI Studio. Das heißt, ich kann jetzt hier entweder im Querformat oder im Hochformat ein neues Video aufnehmen und habe dann jetzt einfach die Möglichkeit, ja, hier auf der Seite das Video entsprechend zu bearbeiten. Und ganz zentral ist natürlich hier Bereich Skript. Und erst einmal die Sprache entsprechend auch zu oder anzupassen. Hier nehmen wir German, deutsche Sprache. Und dann hier eben die Möglichkeit, entweder den Skript oder das Skript einzugeben. Das heißt, einen bestehenden Text oder eine Pressemitteilung. Oder was ich auch ganz nett finde, hier den Text eben per Recording reinzugeben. Also das heißt, per Aufnahme auch mit hinzuzugeben. Und ich möchte jetzt einfach mal eine Meldung von unserer Website mit reingeben, weil ich habe schon die ganze Zeit gesucht, unsere neue Internetseite hier in das Video mit einfließen zu lassen, die wir jetzt hier haben. Und ja, da fehlt ja mal so die passende Überleitung, die ich jetzt hiermit hervorragend gefunden habe. So, ich nehme jetzt einen Blogartikel und möchte jetzt gerne diesen Beitrag ja als Video umwandeln. Ich kann jetzt entweder diesen kompletten Text kopieren und ihn ja mit eingeben als Skript. Da muss ich aber sagen, da finde ich persönlich die erstellte Intonation noch nicht irgendwie ausreichend für mich. Also das ist sehr langweilig gesprochen. Und so diese Intonation, die wir ja beim Sprechen haben, die fehlt hier noch etwas. Und deswegen bevorzuge ich persönlich die Möglichkeit, die Sprache aufzunehmen. Und ich klicke dann jetzt hier einfach mal auf dieses Mikrofon-Button und werde dann parallel einen Teil von diesem Text jetzt einsprechen. Click to start und los geht's. Präsentationen sind in unserem Arbeitsalltag allgegenwärtig. Ob in Teamsitzungen, Projektvorstellungen oder bei Kundengesprächen, stets sind wir gefordert, unsere Inhalte verständlich und ansprechend zu vermitteln. So, das ist jetzt eine Audiospur, die ich aufgenommen habe. Die höre ich mir jetzt nicht an. Ich bestätige direkt. Und dann ist das jetzt eine Audiospur, die ich aufgenommen habe. Und jetzt wird mir das Video im Prinzip hier unten angezeigt. Ich habe jetzt auch nochmal die Möglichkeit, ja verschiedene Templates zu beachten, Texteffekte mit einzufügen. Das ist ja auch bei Social Media Videos, dass dann hier noch ein Bling-Bling, da noch ein Bling-Bling ist. Verschiedene Icons und Sticker, die ich hier noch einbinden muss. Also, wen das interessiert, der kann sich hier wirklich austoben. Und ja, ich gebe jetzt hier nochmal einen Titelnamen oben. Das ist Pressepräsentation. Und dann klicke ich auf Submit. Jetzt wird die Stimme verarbeitet und das Video erstellt. Und ja, ich brauche ein Credit, kostet mich das Ganze. Submit und los geht's. Und jetzt braucht es wieder ein paar Minuten, bis das Video erstellt wird. Und das schauen wir uns dann gleich an. Bis gleich. Präsentationen sind in unserem Arbeitsalltag allgegenwärtig. Ob in Teamsitzungen, Projektvorstellungen oder bei Kundengesprächen, stets sind wir gefordert, unsere Inhalte verständlich und ansprechend zu vermitteln. Doch die Realität sieht oft anders aus. Rund 90 Prozent aller Präsentationen enden in einer Aneinanderreihung von Textwüsten und trockener Theorie, die das Publikum eher ermüden als begeistern. Und doch können wir frei nach Friedemann Schulz von Thun nicht nicht präsentieren. Die Frage, die sich daher stellt, ist, wie verwendest du deine Präsentationen vor einer schlaffördernden Pflichtübung in ein echtes Erlebnis, das in den Köpfen und Herzen des Publikums etwas bewegt? Ich finde es ja wirklich toll, wie schnell jetzt auch Videos produziert werden können, KI-basiert und vor allen Dingen auch in welcher Qualität. Und ja, also gerade auch in Zeiten, wo ja auch immer mehr Netzwerke auf Bewegtbildformate auch abziehen, finde ich, wird jetzt erstmal eine Möglichkeit der Produktion angeboten, die wir vorher so dicht hatten. Und auch Menschen, die vielleicht nicht so gern vor die Kamera treten, wo das Licht nicht so gut sind, die keine guten Mikrofone haben, wo die Kameras nicht da sind, sind jetzt in der Lage, mit einem einmal erstellten Avatar nun ja auch Content zu erstellen. Aber mich interessiert vor allen Dingen auch, wie ihr dazu steht. Seht ihr die Möglichkeiten? Welche Möglichkeiten? Welche Einsatzszenarien? Mehr die Herausforderungen? Lasst uns mal darüber diskutieren. Schreibt mir das in die Kommentare. Ich freue mich total auf euer Feedback. Ich wünsche euch jetzt erstmal viel Spaß beim Ausprobieren und wir sehen uns beim nächsten Video. Alles Gute, bis bald und tschüss.